Like no one ever was Okay, und jetzt auf Deutsch Wie keiner von mir war, wie keiner von mir war, wie keiner von mir war, ganz allein fange ich sie dir So weit sind wir noch gar nicht, ähm Pokemon! Ich reise durch das ganze Land und suche weit und breit das Pokemon Um zu verstehen, was in dieser Macht erlernt Pokemon! Oh, zu mir Ach scheiße, ich kann den deutschen Refrain nicht Was? Scheiße, auch zu mir Nur weil ich das nie auf Deutsch geguckt hab? Du Ey, in deinem Alter, wo man Pokémon noch geguckt hat und ist toll Fand, guck mal das noch nicht auf Englisch, da hat man noch gar kein Englisch verstanden Oh, wieder nur Ediweiss Was meintest du vorhin? Du turnst meinen Zweck voll an Dein Zweck? Ja Steck aus dem Bett Dein Zweck? Schau kurz in den Spiegel, sag what up, bitch Yeah I'm getting money What up Yeah Hey Oh, das musst du doch ein bisschen gequillt erkennen lassen Ich zähle das Geld jeden Tag Ich hab' nicht davon, mein Vater ist scheiße behindert und lässt mich weppen und ich glaub' auch um wie ein 8-jähriger, dabei bin ich 30 Scheiße, Mann Mein Name ist Money Boy und ich hab' verkackt Alle hassen Oh Oh Gott, ich hab' das noch zweimal oder so gehört Oh Gott, ich hab' das noch zweimal oder so gehört Einmal, weil ich's nicht glauben konnte, wie erfolgreich er damit sein kann und das zweite Mal, weil ich's lustig fand Lass' zusammen sein Lass' zusammen sein Lass' zusammen sein Ich tanz' ihn jetzt auch an Lass' zusammen sein, ey So, da Richtig zehnjähriges sprach Das wird ihn überzeugen, mein Paarungstanz Zurzeit befindet sie sich in der Paarungstanz und um ihr Mädchen zu animieren, vollführt sie nur den Paarungstanz Sehen Sie Leider Sehen Sie Sehen Sie Die Stakel Das ist nicht jedes Jahr zu sehen Ganz wenige können dieses Wunder der Entwurf betrachten Oh, das Männchen, was ist los? Ich glaube Hm Komm schon, ich beschreie Es scheint das Falki nicht zu anziehen zu finden So, komm schon Bitte Du bist so süß Ey, das ist nur eine Figur für Yester Weiß Sie sind jede dritte Figur Ey, das ist nur eine Figur für Yester Weiß Sie sind jede dritte Figur und der Ja, du bist so süß Ach, ich guck mal wieder in die Welt Äh, im Wald der Gezeiten Ich komm mal gleich dazu, ey, wo bist du? Sechzehn Ja Fragt er dich? Ja Fragt er dich? Fragt er dich? Warum soll ich mich älter machen? Echt? Sechzehn Weil trotzdem, ich kann doch immer mal 17 nennen Aha, 13 Oh, weiß ich nicht, es kommt irgendwie glaubhaft darüber, weiß ich genau Warte Oh, ich Ich meine Ich nehm grad alles auf Ey, das schreibst du ja noch Bist du dumm? Ey, das schreibst du ja noch, bist du dumm? Als du sehen willst Ja, so macht man sich neue Melden Ja, gleich machen wir neue Abonnenten Ich such mal auf YouTube Niamikapi In ein paar Parts Nein, nee, ich sag mal In ein paar Tagen kannst du dich da sehen So, jetzt geht er erst mal googeln nach meinem Kanal Ohne Scheiß, ich hab mal Miami bei Google eingegeben Da kommt echt was raus, ne Du findest unter meinem Namen was Wat? Ich hab unter meinem findest du gar nichts Nee, ich rede nicht mit dir Ja, der glaubt nicht Ich hab unter meinem findest du gar nichts YouTube Ja Ja Ja, ja Der fragt mich grad so Filmst du und ich Ja Wom redest du denn? Und er dann so Cool Auch jetzt lacht er sich weg Wie süß Beobachte meinen Kanal Wie süß Dann siehst du Hä Warum wurde Kanal Ich mach mal Werbung, ja Ich mach mal Werbung, ja Dann siehst du Warum wurde Kanal mit Pünktchen geschrieben Na, was das für Kanal, hä? Na, was das für Ich kann Kanal nicht schreiben Mh Wirst du nochmal MiaMiKP bei deinem Kanal? Ja, also Kanal ist einfach Wirst du nochmal MiaMiKP bei deinem Kanal? Ich mach jetzt Werbung hier für dich Ich mach jetzt Werbung hier für dich Geht alle auf MiaMiSKP Ey, Kanal wird ja auch zensiert Ach, bestimmt wegen Anal, ey Ja, also Du Bratzbirne Warte, hab ich doch nett gesagt Ja, aber die sagen, dass Kanal pervers ist Na, bestimmt geht der eh nicht auf meinen Kanal Aber falls ihr mal irgendwie von mir pervers angemacht werden wollt Im Fiesta, macht euch so ein Level 2er Viech Und äh, stellt euch in meine Gegend Ja, ja Killer Kevin, du Den muss ja auch mal Der Level 1 ist noch besser, das ist noch Also der Name ist ja schon richtig unturned, ne? Der Name ist Programm, du Der ist Killer, so, komm, dancing arm Der Name ist Programm, du Kommst du auch mal her zum Killer Kevin? Ja, ich komm Ja, ich komm Alles klar, für dich muss ich mich nicht anstrengen Jammer Killer Kevin Na, Kevin Och, bleib doch mal stehen Jetzt hab ich Kevin geschrieben Na, Kevin Bleib stehen, wo geht er hin? Oh, gleich kommt der Supertalent Achso, der spielt mit dem zusammen, aah Hey, lass mich rein, ich will euch antanzen Kommst du auch mal her? Wir müssen doch antanzen, zusammen Ja, warte Nee Auch von diesem Level 1, da kriegt man aber kein Level ab hier Au, 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 meine Beine Oh, jetzt sind die weggegangen Ich brauch doch gar nicht mehr so viel Welches Level hat der Killer Kevin dann? Oh, Level 7, wie edel Komm aus dem Bett Hey, schau gut zu den Spielen, sag was ab Ja, sieh verdammt gut aus Ja, sieh verdammt gut aus Ja, schau in den Spielen, sag, und sag, wo ist ab? Ja, nach Getting Money gibt er erst mal einen Orgasmus, weil er sich so geil findet Aber das... Das hört man natürlich nicht, weil niemand weiß, dass es bei dem so scheiße geht Ja, tut mir leid, aber irgendwie muss ich... Och, ja, und dann sagt er noch, deine Mutter blowt mir den Cock Macht sie mal je? Natürlich Wir reden von deiner Mutter, wir reden von deiner Mutter Ah Ja Hier, die... Meie? Achso, achso, ja, ey Sie braucht das Geld Na, besser gesagt, ich brauch das Geld, aber... Ja, bin ich schlappelig, hör Diebstpartner... Ja, ja Ja, ja Ich kann den jetzt verfolgen Kann man Menschen nur fallen, wenn man mit denen an Gruppe ist? Ey, was? Ja, aber doch Wo bist du denn? Wo? Ja, doch Oh, fett, du bist schon level... Oh, komm schnell hin, komm schnell her, hier ist er, der Typ Kommt Hier ist er Hier ist langweilig Hier ist langweilig Oh, ja, komm 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 Der teilt sich mal gleich direkt an Der teilt sich mal gleich direkt an Warte, bleib... Bleib da Wir wollen dich noch aufnehmen Aufnehmen Ja, natürlich hab ich recht Ich dance ihn jetzt mal direkt an Ich dance ihn jetzt mal direkt an Manny Schnell hinter Killer Kevin hinterher Aber was ist das denn? Wir wollen Killer Kevin antanzen IA, IA Schreib dir mal, da soll ich stehen bleiben Warum rennt er so schnell? Killer Kevin, bleib stehen Nein Also wir sind absolut keine Lösung Falls man mit dem Spiel nicht weiterkommt Muss man schon sagen, ne? Wir verbringen unsere Zeit hier anders Okay, er ist stehen geblieben Jetzt können wir ihn antanzen Ach nein, ich wollte ihm grad was schreiben Wo ist der geile Kevin? Da ist er Ich wollte tanzen und nicht wieder Vielleicht gibt mir erst ja das letzte Krabbenfleisch Ist er mir gar keine Items gegeben? Wo bist denn du hin? Ich stehe genau Achso, läufst du grad von unserer Geilheit weg, oder was? Ich stehe genau hinter dir Oh ja, komm Dance Dance Baby Ha ha Wir sind wahrscheinlich zu geil für ihn Ha ha Er hat nicht mal ne Waffe Er hat nicht mal ne Waffe Er hat uns ausgelacht Dafür danzen wir ihn nie wieder an Kommt nicht noch Erstmal lachen Was ist denn? Schreiben wir uns? Warte Du hässlicher Hurensohn Beschreiben wir jetzt? Nein, du fetter Hurensohn Fetter Huren Hurensohn Kann man das schreiben? Ja, mit Rechtschreibfehler geht alles Ich hab's richtig geschrieben Ach Mensch Aber mit Rechtschreibfehler auch Ich hab's richtig geschrieben Ich hab's richtig geschrieben Warum kann man den Hurensohn aber nicht Kanals schreiben? Du fetter Hurensohn Alter Warte Das heißt Alde Aldi Kann man auf Aslak schreiben? Kanacke kann man schreiben Ha Ja Was? Aslak? Selbe Nicht so, Mandy Selbe Selber Er schreibt selbe Du Miss Er schreibt selbe Oh, jetzt kann man das Schreiben packen Oho Oho Oha, nicht dass der uns meldet Schnell weg Oh, Scheiße Oh, jetzt hab ich die Auslöser geschrieben Was hast du geschrieben? Oh, Scheiße Schau nicht mehr, du hab ich die Auslöser geschrieben Danke Kann das ein Witz sein oder was? Nein, wir beleidigen dich gerade, mein Freund Was? Geschrei Hh Scheiße Warte Du Schwuchtel Deine Mama Hat Es Achse An Dir Okay, man sollte über solche Sachen nicht lachen, aber... Ey, wenn dein Eckrunk hier nach dem Lösch wird, ne? Ey, du bist angegriffen! Ich hab's schon gemerkt! Ey, wenn dein Eckrunk hier nach dem Lösch wird, ne? Ey, du bist angegriffen! Okay, wir sollten uns besser...